Die Mediematik-Mediematik Hallo zusammen, ich bin Diogo, das ist Lisa. Wir machen die Lehre als Mediematiker bei der Geberit. Sie ist im ersten Lehrjahr, ich im zweiten. Und heute gebe ich auch einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag von Mediematikern in der Geberit. Kommen Sie doch mit! Ein wichtiger Bestandteil von Mediematikern ist die Umsetzung einer visuellen Botschaft für die breite Masse. Das heisst so viel wie, die Kernbotschaft so zu vereinfachen, dass man sie in möglichst kurzer Zeit begreift und aufnimmt. Wenn du eine Lehre als Mediematikerin machen willst, dann musst du dir bewusst sein, dass eine gewisse Kreativität und abstraktes Denken ein Muss sind. Kommunikativ musst du ebenfalls sein. Auch das Präsentieren gehört zu den Aufgaben eines Mediematikers. Ob es bei einer Sitzung oder bei einem Informationsnahmittag sei. Als Mediematiker solltest du gut von Personen reden und präsentieren können. Das war unser Beruf Mediematiker. Wir hoffen, wir haben dein Interesse wecken können. Wir freuen uns über deine Bewerbung oder einfach auch, wenn du dich bei uns vorstellst. Weitere Informationen findest du auf unserer Internetseite www.geberitz.ch 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 www.geberitz.ch